ja und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video leute ja moin ich bin einfach direkt in meinem gesicht drin ich würde sagen ich werde euch heute mal ein paar sachen zeigen eher gesagt ich wollte erst mal fragen ob ihr das überhaupt wollt ihr seht wir sind hier gerade in einem recht coolen plot wir gehen zu der sache duplizieren da wollte ich euch nämlich was fragen nämlich habt ihr bock dass ich mal so eine duplizierstaffel mache weil ich habe euch ja letztens so einen kleinen trick auf hier in meinem home gezeigt so das war mein april-schatz-video hier mit dem Amboss könnte das jetzt zum beispiel hier auch machen zack und jetzt habe ich einfach null item und kann damit herumlaufen mega cool verschwindet aber wenn man irgendwo reingeht wenn ich euch mal zeigen soll wie man da wie man es zeigt euch mal ein paar dupliziermethoden wenn ihr das wollt dann würde ich sagen lasst jetzt auf jeden fall leichter und ich würde sagen droppt ein abo damit ihr dass ich euch das auch mal zeige da kann ich euch ein paar dupliziermethoden sachen zeigen und ja wie gesagt wenn ihr das mal sehen wollt dann lasst auf jeden fall mal ein like da ein abo und so kommentar warum ihr das gerne sehen wollt und dann werde ich mir überlegen ob ich es mache damit zeige ich euch ein paar dupliziermethoden und so ich habe echt ohne witz ich habe sauviel gesehen und beim nächsten video lasst auf jeden fall jetzt ein abo da wenn ihr das sehen wollt ich habe richtig bock auf jeden fall drauf und wir sehen uns im nächsten video bis zum tschau